So, heute Mittag gehen wir mal lecker Tapas essen. Was haben wir da oben? Ist das ein Radio oder was soll das sein? Ja, ein Lautsprecher. Ja, ein Lautsprecher. Mit Setup rollen. Hier im Garten. Mit schönen Tapas. Ganz urig und ganz kleiner. Und hier sogar Apfelkuchen. Apfelkuchen. So, und jetzt lecker essen.